EUXXL Film, der Podcast. Mercedes Echerer im Gespräch mit Philipp Jakoba. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für unseren EUXXL Podcast. Dankeschön für die Einladung, Mercedes. Wir haben uns kennengelernt im Jänner 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Damals gab es eine Einladung seitens des Justizministeriums, so die erste große Runde in Sachen Urheberrecht. In Europa wurde die Richtlinie ja beschlossen und wir hatten Zeit, bis Juni 2021 diese Richtlinie umzusetzen. Haben wir aber nicht. Und damit komme ich eigentlich gleich zur ersten Frage. Du warst eingeladen, weil du als Rechtsanwalt mit der Kanzlei, die es in Stuttgart und in Wien gibt, die heißt Jakoba, Rechtsanwälte. Seid ihr da zwei Brüder? Nein, keine Brüder. Nein, keine Brüder. Also Philipp Jakoba und seine Anwälte in Stuttgart und in Wien. Ihr wart eingeladen, weil ihr vertreten jetzt die Bildrecht seit über zehn Jahren, wenn ich das richtig weiß. Ihr seid spezialisiert auf Urheberrecht, Markenrecht, Designrecht, Fotorecht, Kunstrecht und das hat ja alles nun mal auch mit dem kulturellen Schaffen zu tun. Also ihr seid eine Anlaufstelle. Erzähl mir mal ein bisschen, wer sind denn eure Hauptklienten und was läuft gerade? Ja, also unsere Kanzlei vertritt hauptsächlich Designer, Fotografen, Bildende Künstler, also alles, was die Bildrecht auch vertritt. Nämlich die hat eine Wahrnehmungsgenehmigung, wie alle wissen, verschiedene Wahrnehmungsgenehmigungen. Für Musik gibt es welche, für Text und für Film. Und die für Bildende Kunst, die nimmt die Bildrecht wahr und die Bildrecht erteilt auch teilweise Rechtsschutz. Und diese Fälle kommen dann bei uns auf den Tisch. Und ihr wart dort auch geladen, damals im Justizministerium. Und jetzt gibt es seit vergangenen Dezember einen Ministerialentwurf. Leider noch immer keinen Regierungsentwurf, zu dem man sich verhalten kann. Aber es wäre interessant für mich zu erfahren, wie aus deiner Sicht der aktuelle Entwurf gesehen wird. Die Situation ist die, dass es im Urheberrecht oftmals und gerade bei solchen Veranstaltungen oftmals um die Musik oder den Film geht. Das heißt, unser Repertoire hier, das Design und Grafik und Bildende Kunst, wird oftmals entweder gar nicht gesehen oder marginal gesehen. Deswegen ist der Herr Magister Schönberg mit der Bildrecht und ich als einen Vertreter dabei, die Renaissance des Bildhaften hier nach vorne zu bringen und das Augenmerk auch auf das Bildhafte zu legen. Weil es einfach in unserer Gesellschaft eine ganz entscheidende Entwicklung gegeben hat. Dass jeder weiß, mit Handyfotografien, mit anderen Technologien einfach das stehende Bild nicht mehr einer speziellen kleinen Klientel von Leuten gewidmet ist, sondern das einfach flächendeckend gemacht wird. Genauso das Design. Es gibt keine Webseite, es gibt kein Buch, es gibt keine Zeitschrift mehr, die nicht designt ist. Das wird alles übersehen, weil es meistens um den Text oder um den Film oder um die Musik geht. Aber dass da außen herum extrem viel Design stattfindet. Zum Beispiel auch, es gibt kein, jedes Plattencover, keine Musik wird transportiert ohne eine bildhafte Darstellung, ohne ein Logo. Und das sind genau unsere Mandanten, die wir vertreten. Ihr seid ja auch in Stuttgart als Kanzlei und in Deutschland hat man die Umsetzung der europäischen Richtlinie zeitgerecht gemacht. Wie siehst du den Output in Deutschland? Also wie ist das, das Gesetz, das jetzt durch ist, hat natürlich nicht alle glücklich gemacht, das ist immer so. Es gibt eine Sache, Entschuldigung, ich muss ein bisschen vorgreifen, aber es gibt eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat. Mir persönlich in Deutschland haben sich die Urheberinnen und ihre Vertreterinnen und auch die Kreativwirtschaft zusammengefunden oder sie mussten sich zusammenfinden, das kann ich schwer beurteilen. Man hat viel diskutiert, auch gestritten, es gab viele Konflikte, aber es gab so eine Art Kompromiss, wo wir gesagt haben, okay, jeder hat ein bisschen verzichtet, aber damit können wir halbwegs umgehen. Und wurde das dann auch wirklich umgesetzt in deutsches Recht, deutsches Gesetz? Ob man da die Mitte getroffen hat, mag ich mal bezweifeln. Dass es die Diskussion gibt, liegt ja schon in der Richtlinie. In der Richtlinie hat der EU-Gesetzgeber gesehen, dass der Dialog notwendig ist, deswegen schreibt er in Artikel 17, nämlich der Hauptkern, nämlich der Plattformhaftung, dass ein Stakeholder-Dialog stattzufinden hat. Er hat also auch in Österreich stattzufinden, wie in allen anderen 27 Mitgliedstaaten der EU für die Umsetzung. Dadurch, dass es extrem kompliziert wurde, hat es auf europäischer Ebene eine Guideline für den Artikel 17 gegeben, wo man gesagt hat, wir müssen hier Grundlinien schaffen, wie es umgesetzt wird, weil es einfach zu stark in der Diskussion war. Das, was in Deutschland umgesetzt ist, finde ich eine pragmatische Situation, die an vielen Stellen vielleicht auch ein bisschen wehtut für die Urheber. Grundsätzlich ist es gut, dass die Bagatellgrenze, auf die wir sicher nachher noch kommen, dass die vergütungspflichtig umgesetzt wurde. Das ist eine sehr gute Situation. Genauso die Pastiche-Regelung, die für das Bildhafte sehr maßgeblich ist. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist eine Pastiche? Da stellst du eine richtig gute Frage und die kann keiner beantworten. Der österreichische Gesetzgeber sagt, Pastiche tue ich mal nicht definieren, weil es ein europäischer Begriff ist. Und der europäische Gesetzgeber sagt, das ist ein europäisch auszulegender Begriff. Was es genau ist, weiß keiner. Es geht von bis. Es heißt eigentlich sowas wie Nachahmung. Es gibt welche, die sagen, die Wertschätzung eines anderen Werkes bedeutet, man benutzt ein Werk in einem anderen Werk. Oder das andere Werk nicht nur in einem anderen Werk, sondern man benutzt das Werk. Wenn ich ein Werk auf eine Kaffeetasse druck, dann kann man ja sagen, das ist eine Wertschätzung. Aber das ist sicher nicht damit gemeint, sodass man das quasi frei machen darf, ohne den Urheber zu fragen. Denn die Pastiche ist wie andere Freiwerknutzungen ein Eingriff in das geistige Eigentum. Und das Eigentum kennt jeder, das physische Eigentum. Wenn jemand mit dem fremden Auto losfährt, dann was macht man? Man geht zur Polizei. Man sagt, hier, der hat mein Auto geklaut. Dort erkennt man sofort hier Eigentum, das geht nicht. Das geistige Eigentum hat die genau gleiche verfassungsmäßige Standing wie das physische Eigentum. Nur das wird genommen, ohne hier danach zu fragen, ob man das darf oder nicht. Deswegen, wenn man freie Werknutzungen erteilt über den Gesetzgeber, dann muss man schauen, dass diese Enteignung auch dementsprechend kompensiert wird bei dem Urheber. Aber jetzt bleiben wir schon bei der Bagdellgrenze. Du hast damit angefangen. Die ist ja auch für viele ein sperriges Thema in Österreich. Also sperrig, viele wollen sie nicht. Wir wollen nicht 15 Sekunden Film zeigen und 125 Kilobyte Text und Fotografie komprimiert, so und so viele Sekunden. Das wollen wir eigentlich nicht. Aber wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Weil in Deutschland, weiß ich, versucht man ja, obwohl diese Bagatellgrenze, also obwohl alles, was unterhalb der Bagatellgrenze gezeigt wird, vergütungspflichtig ist, möchte man sie kippen. Also Künstler und Kreativwirtschaft, Teile davon in Deutschland möchten sie kippen, obwohl sie vergütungspflichtig ist. Ist das korrekt? Jein. Es kommt darauf an, welche Sparten die kippen möchten. Jetzt in dem Design bzw. in dem bildhaften Bereich ist dieses Anliegen nicht so groß, weil der Markt fragmentiert ist. Also es gibt keine großen Stakeholder wie jetzt im Musikbereich, wo es die Major Labels gibt oder im Filmbereich, wo es große Produktionsfirmen gibt. Die wollen natürlich die Bagatellgrenze eher kippen wie im bildhaften Bereich. Der Markt ist fragmentiert und jeder einzelne Urheber im bildhaften Bereich kann nicht seinen Anspruch durchsetzen. Deswegen braucht man jemanden, so jemanden wie die Bildrecht, der das einheitlich macht, der das quasi die Größe hat und auch die Kraft gegenüber den großen Plattformbetreibern, dementsprechende Vergütungen auszuhandeln. Die Bildrecht besteht aus einer Verwertungsgesellschaft und aus dem Verein. Genau, das ist ein Konstrukt, das ist zurückzuführen auf alte Zeiten und dann musste die Verwertungsgesellschaft am Verwertungsgesellschaftenrichtlinie in eine Gesellschaft umgewandelt werden, aber das ist die Bildrecht, genau. Also wie siehst du das, also konkret jetzt die Entwicklung des aktuellen Status quo in Österreich? Also ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Diskussion zwischen den Betroffenen. In Deutschland hat das bis zu einem gewissen Grad stattgefunden, in Österreich nicht. Da wurden Wünsche und Sorgen deponiert, es wurde entlang der Hindernisse einander zugewandelt, es wurde gewarnt vor zu viel Administration, zu viel von jenem und zu viel von diesem. Einerseits, andererseits wurde von längstfälligen, nötigen Adaptierungen, dass man diese durchsetzt gesprochen, aber ein Miteinander habe ich nicht wirklich mitbekommen. Oder gab es diese Gespräche vielleicht abseits jeder Öffentlichkeit? Also der große Zankapfel ist ja, wie man auch in dem Gespräch beim Bundesministerium gesehen hat, hat immer die Musik unter Filmen. Also die zanken sich oftmals, bis innerhalb des Filmes auch. Mit der Bildrecht gab es Gespräche mit dem Bundesministerium. Wir sind vorgetreten, haben gesagt, was uns wichtig ist, wo man das Augenmerk drauflegen sollte, in Bezug auf das Bildhafte, das wurde auch dankend angenommen. Aber weitere Dialoge oder Stakeholder-Dialoge, wie die Richtlinie es vorschreibt, hat es nicht gegeben. Also eigentlich wäre Österreich, also unsere Regierung in der Verantwortung einzuladen zu mehr dieser Art von Gesprächen, die es angeblich schon gegeben hat, laut Regierung. Genau, die hat es vielleicht in kleinem Rahmen gegeben, auch sicher mit Nutzern oder mit Plattformbetreibern, hat es möglicherweise schon, aber nicht im Rahmen, wo dann auch die Urheber mit den Nutzern und mit den Verwertern an einem Tisch saßt. Das hat es nicht gegeben. Und das sollte eigentlich über die Richtlinie, das Ministerium, der Gesetzgeber sollte das eigentlich tun. Gut, sollte. Naja, das ist ja vielleicht der österreichische Weg, wenn wir doch zu einer Lösung kommen, hätten wir es sollen. Hammer, aber nicht. Ist eh gut gegangen. Das könnte ja passieren. Aber hoffen, dass es so passiert ist, der falsche Weg tun. Wir haben jetzt Zeit, weil einfach, es gibt noch keinen Regierungsvorschlag. Wir wissen auch nicht, wann er kommt. Wir dürfen annehmen, dass er im Herbst doch da sein wird, weil allzu sehr in Verzug geraten darf man ja nicht. Da gibt es dann die Warnungen aus Brüssel und die können manchmal sehr unsanft sein. Also, am 7. Juni hätte es sein sollen. Der ist längst verstrichen. Aber ich denke doch, dass wir das bis zum Ende des Jahres schaffen. Zu meiner Zeit im Europaparlament gab es drei Gruppen. Es gab die Kreativwirtschaft, es gab die Kreativen, wobei das kein Widerspruch sein soll, aber die Verantwortungen sind einfach unterschiedlicher. Und es gab die Konsumenten, also das Publikum. Heute sind das mehrheitlich Netzwerkaktivisten. Das hat es damals so in der Form, dieses Wording hat es noch nicht so richtig gegeben. Mittlerweile sind es für mich aber vier Gruppierungen und das trennt sich innerhalb der Kreativwirtschaft, weil wir haben nochmal mit den Produzenten, mit den Medienhäusern, mit den Sendeanschalten etc. Das ist eine andere Gruppe als die Plattformbetreiber. Und das sind jetzt vier Parteien. Und ich habe das Gefühl, dass Netzwerkaktivisten bei allen guten Ideen, die sie haben, und die auch wirklich die Digitalisierung ernst nehmen und sagen, dieses Urheberrecht ist nicht dem Zeitalter gerecht, nach wie vor nicht. Aber etwas, was sie meiner Meinung nach übersehen haben, ist in den ganzen Diskussionen, dass sie eigentlich den vielen Plattformbetreibern in die Hände spielen, wenn sie von der Freiheit im Netz sprechen. Als ob sie ein Monopol hätten, um die Freiheit im Netz zu kämpfen. Ich erinnere mich an Demonstrationen in Europa, wo man Jugendliche auf der Straße zu Hunderten und Tausenden gesehen hat, die für die Freiheit im Netz gekämpft haben. Wir wissen, dass die Freiheit im Netz eigentlich so in der Form, wie wir uns das träumen, nicht existiert. Unsere Daten gehören längst anderen. Da würde mich interessieren, wie siehst du das als Mensch, auch als Publikum, aber auch als Rechtsanwalt in dieser Diskussion? Ich sehe, dass ein großes gemeinsames Ziel eigentlich da ist. Und ob das jetzt drei oder vier Players sind, es soll etwas stattfinden. Es soll das Werk gezeigt werden. Außer der Urheber sagt, ich will es dem Publikum nicht preisgeben überhaupt. Das ist wohl eher die Seltenheit. Aber ansonsten, sagt der Urheber, hat nichts dagegen, dass sein Werk online gezeigt wird. Außer er sagt, er will es nicht. Zweites ist, die Netz-Community will es auch, die Verwerter wollen es auch und die Plattformen wollen es auch. Die Frage ist nur der Vergütung dessen. Und die Vergütung liegt im Moment bei den milliardenschweren Online-Plattformen. Sprich, es sind weder die Verwerter, die Labels etc. noch die Urheber, die was bekommen. Und wer aber zahlen soll, sind genau diese Online-Plattformbetreiber und nicht die Nutzer. Und das ist eigentlich der Zugang, dass die Online-Plattformbetreiber es nicht so machen, dass sie sagen, du Nutzer, musst du etwas zahlen. Nein, sondern derjenige, der hier den großen Kuchen an den Einnahmen macht, der soll auch was dafür an die Urheber zahlen. Das gibt den Grundsatz der angemessenen Vergütung und der ist von dem zu leisten, der quasi etwas von der Verwertung des Werkes erhält. Und das sind die großen Plattformbetreiber. Deswegen sehe ich, dass die Richtung eigentlich grundsätzlich mal gleichgerichtet ist. Es ist nur zu fragen, wie man die Verantwortlichkeit hier setzt. Und da ist natürlich die Richtlinie mit dem Artikel 17, die Plattformhaftung, ist natürlich endlich etwas, wo man sagt, Danke, dass es nach wie vielen Jahrzehnten kommt, man hat immer das Privileg gehabt, das Host-Provider-Privileg, wo der Plattformbetreiber nicht haftet. Jetzt hat man es. Da muss man auch den österreichischen Gesetzgeber hier aus meiner Sicht loben, weil er über den Paragraf 17 Absatz 2b in dem Entwurf, der kursiert, tatsächlich einen Direktanspruch gegen den Plattformbetreiber auf angemessene Vergütung normiert. Also das ist etwas, wo ich sage, das ist genau die richtige Stoßrichtung. Jetzt muss man nur aufpassen, dass diese Regelung nicht ausgehöhlt wird. Ausgehöhlt über Brief-Lacking-Bestimmungen oder über Bagatell-Bestimmungen. Und vielleicht kurz zu den Bagatell-Bestimmungen. Kannst du uns das mal ein bisschen anhand eines Beispiels skizzieren? Also, wir haben, was könnte den direkten Anspruch des Urhebers, der Urheberin unterminieren? Wie würde das ausschauen? Wie meinst du, dass man… Das, was du jetzt… Ja, abstrakt gesagt hast, im Konkreten. Ja. Wir nehmen jetzt einen Designer, der hat ein Logo entwickelt. Dann sagt ein Nutzer, ich mache ein User-Generated-Content. Nämlich, ich nehme dieses Logo und mache eine Einleitungskarte, wo ich drauf schreibe, morgen Abend bei mir, 20 Uhr, auf der Dachterrasse mache ich ein kleines Fest. So. Er setzt es auf Facebook rein. Also ist es eine Nutzung. Der Öffentlichkeit geht es zu. Der Urheber dieses Logos müsste gefragt werden. Dadurch, dass es millionfach derart kleine Nutzungen erfolgen, das unter Bagatell fallen sollte, weil es nicht kommerziell ist und in einem kleinen Rahmen, muss aber trotzdessen der Urheber vergütet werden. Und dafür steht dann die Verwertungsgesellschaftenpflicht, dass diese Nutzung über eine Verwertungsgesellschaft eingehoben wird, die kleinen Nutzungen, und diese dann über die Verwertungsgesellschaft an die Urheber ausgeschüttet. Das heißt, ich kann nach wie vor meine Omi in der Küche fotografieren und die hält dieses Logo hoch und sagt, Freunde, ich mache eine Party und ich muss dafür auch nichts zahlen, weil ich bin Userin. Genau. Und da ist kein Upload-Filter zu sagen, hier wird irgendwas geblockt oder gesperrt. Und genauso ist der Urheber, der sagt, okay, du benutzt mein Werk in kleinem Rahmen, bekommt aber über die Verwertungsgesellschaft eine Vergütung dafür. Und dann sind alle happy. Der Einzige, der nicht happy ist natürlich die großen milliardenschwerden Online-Plattformen, die von ihrem Profit einfach etwas abgeben müssen. Ja, also die trauere ich jetzt nicht oder ich teile ihre Sorgen jetzt nicht in erster Linie, aber ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil wenn diese Bagatellgrenze, die ist eingezogen mit 15 Sekunden mit so und so viel Kilobyte und soll vergütet werden, wer hat denn da noch was dagegen? Warum will man die zum Beispiel in Deutschland kippen? Weil das meines Erachtens die Plattformbetreiber sind, weil die natürlich von ihrem Profit etwas abgeben müssen. Warum sollen sie etwas vergüten, was sie bisher immer frei bekommen haben? Und da muss man einfach sehen, und das ist, glaube ich, in der Diskussion einfach auch mal rauszustellen, was bedeutet denn die Bagatellnutzung? Da ist jede einzelne Nutzung natürlich eine kleine, relativ unbedeutende Nutzung. Ich mache das Katzenvideo, wo ich dahinter die Musik habe, die lizenzpflichtig ist. Genauso, ich habe das Logo bei der Einladungskarte. Nur, von was lebt denn Facebook etc.? Die sozialen Netzwerke. Genau von diesen Inhalten der kleinen sozialen Dinge, die quasi ins Netz gestellt werden. Genau davon lebt es, und die sollen wiederum nicht vergütungspflichtig sein, was im Moment in dem Regierungsentwurf in Österreich leider noch der Fall ist. Wir hoffen, dass über die Guidelines oder über die deutsche Regelung, die ist vergütungspflichtig gemacht wird, dass es der österreichische Gesetzgeber umgestimmt wird, dass die Bagatellnutzung tatsächlich vergütungspflichtig ist, weil in Summe ist es einfach der Hauptcontent der Plattformen und keine Bagatelle. Ja, das sehe ich auch so. Okay, also jetzt haben wir die Bagatellgrenze und den Status quo Deutschland und Österreich mal ein bisschen den Vorhang gelüftet. Was ist aus deiner Sicht, aus der Sicht der Bildenden, Künstler und Künstlerinnen, das weiter positive im Entwurf seitens des österreichischen Ministeriums oder eine Herausforderung, weil da muss man noch nachjustieren. Wie siehst du den Rest? Wir haben jetzt mal einen wesentlichen Punkt herausgenommen. Ja, wir haben jetzt mal die Plattformbetreiber und die Haftung behandelt. Ein zweiter Punkt ist das Obervertragsrecht. Und da können wir natürlich aus der Praxis reden, weil wir sehr viel obervertragsrechtliche Situationen auf dem Tisch haben, sowohl österreichische wie auch deutsche. Da muss man sagen, das Obervertragsrecht hat eine längere Tradition in Deutschland. Da ist sehr viel umgesetzt schon ins Obergesetz. Deswegen war auch das deutsche Obergesetz in Bezug auf die obervertragsrechtliche Regelungen, die in der Richtlinie kommen, war das Vorbild Deutschland. So wie es für die erweiterte kollektive Lizenz die nordischen Länder sind, die das einfach schon länger umgesetzt haben. Da war das das Vorbild. Im Obervertragsrecht ist es schön, dass endlich der Bestsellerparagraf drin ist. Das heißt, wenn die ursprüngliche Vergütung nicht mehr adäquat ist zu der Nutzung, dann hat der Urheber einen Nachvergütungsanspruch. Es greift sehr stark ins Vertragsrecht ein. Pakt um Sundsewander, Verträge sind einzuhalten. Wenn du am Anfang eine Vergütung verhandelt hast, die für die schlecht ist, kann sie nachher nicht kommen. Das ist grundsätzlich Pakt um Sundsewander. Aber hier in unserem Fall ist es natürlich jetzt der Urheber, der einfach nicht die Größe hat, am Anfang möglicherweise adäquat zu verhandeln, der froh ist, dass er den Auftrag bekommen hat und deswegen mit einer geringeren Vergütung zufrieden ist. Aber nachher sieht, dass sein Werk exorbitant genutzt wird, dass er dann einen Nachvergütungsanspruch bekommt und hat. Das ist eine sehr gute Regelung, die europarechtlich verankert ist, die auch in Österreich schon im Entwurf umgesetzt ist. Kannst du uns das trotzdem noch einmal ein bisschen auch beispielhaft erklären? Weil bei Büchern ist das ganz klar. Man nimmt an, man verkauft 500 oder 1.000 Stück in Österreich auf diesem etwas kleineren Markt und dann wurden aber plötzlich 200.000 verkauft. Da ist der Bestseller-Paragraf einfach nachvollziehbar. Wie ist das im Design? Wie ist das mit Malerei? Wie ist das mit Skulpturen? Kannst du uns da ein Beispiel geben? Ja, da kann man ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel hat ein Designer ein Logo gemacht für eine Firma. Startup-Firma, kleines Ding, sagt, ich kriege 1.000 Euro oder 500 Euro oder ich mache es euch sogar umsonst, weil ihr seid ein Startup-Unternehmen. Das Startup-Unternehmen nimmt das Logo und presst das Logo auf seine Produkte drauf und weil es ein prägnanter Spruch und ein tolles Logo ist, entwickelt sich die Firma sehr erfolgreich, wird dann von irgendeinem Investor nochmal supported und ist plötzlich ein weltweiter Konzern, sage ich jetzt im Extremen. So, das Logo ist überall drauf, wird millionenfach auf Briefpapier, auf Visitenkarten, im Internet, auf Produkten überall benutzt. Für welche Vergütung? Für 500 Euro, die adäquat war, vielleicht für ein Startup und dort noch entgegenkommend. Das sind Fälle, die genau nach dem Paragraf 32, deutsches Urhebergesetz schreit, nämlich nach dem Bestseller-Paragraf, zu sagen, nach Verhandlungsrecht zu sagen, wir setzen uns hin und verhandeln nach, beziehungsweise direkt einen angemessenen Anspruch auf Nachvergütung. Das ist nachvollziehbar. Und wie ist das jetzt zum Beispiel bei anderen Formen aus dem bildenden Bereich? Ja, wir haben gerade einen Fall, wo es um eine Karte geht, um einen Kartograf, auch diese Werke sind von der Bildrecht vertreten, ein Kartograf, der auf Geldscheinen seine Karte gedruckt hat und der 1997 hierfür Geld bekommen hat. Und jetzt bei der Europäischen Zentralbank fragt, wir haben doch in Paragraf 32 einen Nachvergütungsanspruch. Da schau her. Gut, danke für die Beispiele. Du wolltest weiter über das Übervertragsrecht berichten. Über Vertragsrecht? Ja, da gibt es noch eine Situation, die meines Erachtens ganz anschaulich ist, die zeigt, wie es in Deutschland abgelaufen ist und was der europäische Gesetzgeber gemacht hat und wie es in Österreich jetzt dann umgesetzt wird. Da gibt es den Paragrafen 11, das ist ein Grundsatz, das der Urheber angemessen zu vergüten ist. Ein reiner Grundsatz. Dieser Grundsatz hat der deutsche Gesetzgeber irgendwann gemerkt, der reicht nicht aus, weil ein Grundsatz, der es anzuhalten sollte, irgendwas zu tun, ist ein bisschen zahlenloser Tiger. Hat also der deutsche Gesetzgeber was gemacht? Der hat den Paragraf 32 eingeführt und hat einen Anspruch, ein Recht auf angemessene Vergütung normiert. So, jetzt hat der Richtliniengesetzgeber hat die Überschrift des Artikel 18, da steht Grundsatz einer angemessenen Vergütung. So, jetzt sagt er in Artikel 18, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollen, dass der Urheber ein Recht auf eine angemessene verhältnismäßige Vergütung hat. So, der österreichische Gesetzgeber setzt jetzt was um, er macht in Paragraf 38a Absatz 2 des derzeit kursierenden Entwurfs, sagt er, der Urheber soll dafür eine angemessene verhältnismäßige Vergütung erhalten. Er macht quasi den gleichen Entwicklungsschritt wie die Deutschen damals, anstatt dorthin zu gehen, zu sagen, es ist nicht durchsetzbar, es hilft dem Urheber im Tatsächlichen nicht, seinem Vertragspartner hinzugehen, ich habe einen Anspruch auf angemessene Vergütung, weil ein Grundsatz eben nur ein Grundsatz ist und kein Recht, auf das man sich berufen kann. Jetzt hast du mich wieder kurz verwirrt mit den vielen Artikeln. Entschuldigung. Nein, aber das ist so typisch. Du mit deiner Fachkompetenz junglierst mit diesen Artikeln in Deutschland von der europäischen Richtlinie. Kennst du alle Artikel auswendig, auch die österreichischen zukünftigen vielleicht schon. Das ist verwirrend, aber ich habe eins verstanden, es geht hier um eine Kann- und eine Sollbestimmung. Jetzt, wenn aber Soll drinnen steht, also der Künstler, die Künstlerin soll eine faire Vergütung bekommen, wo ist da jetzt der Unterschied zum Müssen? Ich dachte, Kann und Soll ist der große Unterschied. Kann ist eine Möglichkeit, Soll ist ein Muss. Oder ist das wieder eine Auslegung? Es ist der Unterschied, ob du einen Grundsatz hast, der als Grundlage des Vertrages ist, zu sagen, angemessene Vergütung. Das ist auslegungsfähig und dann sagt man, man hat die Grundsätze berücksichtigt. Es ist kein Recht, aus dem der Urheber eigentlich aus sich heraus vorgehen kann. Es ist was anderes, wenn ich einen Anspruch auf angemessene Vergütung habe, da habe ich einen Anspruch und kann aus diesem Anspruch direkt vorgehen. Kann ich also einen durchsitzbaren Anspruch gegenüber meinem Vertragspartner, der möglicherweise mir keine angemessene Vergütung gegeben hat. Wenn ich aus einem Grundsatz vorgehe, dann ist es, wollen wir mal sagen, sehr, sehr schwammig. Also beim Grundsatz ist ein Soll ausreichend und beim Anspruch braucht man ein Muss. Ist ein Muss dahinter. Mein kleines, nicht-juristisches Wissen in dieser Abhandlung. Okay, also das wäre das, was ihr euch wünscht, was sich viele wünschen vom österreichischen Gesetzgeber. Wie laufen jetzt zum Beispiel die Gespräche mit anderen Kreativverbänden, mit anderen Berufsgruppen? Gibt es da Gespräche von eurer Seite? Sucht ihr auch Alliierte, damit man mehr, eine größere Potenz hat? Ja. Also die Bildrecht, die ist mit den Berufsfotografen, zusammen mit den Designern, mit den Architektenverbänden, mit der Bundesarchitektenkammer eng inkooperierend und die alle die gleiche Stoßrichtung haben und die alle die gleichen Interessen haben. Nämlich, dass das Bildhafte mehr sichtbar ist und dass es eben halt auch die urheberrechtlichen Spezifitäten, die dieser Bereich hat, auch gesetzlich berücksichtigt wird. Das ist auch ganz wichtig so. Und wie weit spricht diese Gruppe mit den Vertretern aus Literatur, Musik und Film? Gibt es da Berührungspunkte? Ja, in vielen Dingen gibt es Übereinstimmungen, wo man einfach genau in die gleichen Interessen vertritt, wie z.B. ein Brief-Lagging, das von allen abgelehnt wird. Und dann gibt es eben Spezifika, dass es möglicherweise im Filmbereich dann eher über die Produzenten geht oder im Musikbereich und im Bildhaften eben über die Urheber selbst oder über die Verwertungsgesellschaft. Aber man könnte noch mehr miteinander reden? Das könnte man tun, ja. Ja, sagt irgendwie jeder, aber irgendwie funktioniert es noch immer nicht. Meines Erachtens könnte man auch mit den Plattformbetreibern reden, weil die sind anscheinend, ich war in einer Diskussion der Oppositionsparteien dabei und da war eine Vertreterin der Plattform dabei und die sagte ja, die Plattformen sind gesprächsbereit. Und ich weiß nicht, inwieweit die jetzt eingeladen wurden, schon vom Ministerium mal mit den Urhebern oder Urhebervertretern tatsächlich zu reden, weil ich glaube, das wäre wirklich ein Schulterschluss. Wenn der stattfindet, dann hätte man die größten Probleme geregelt. Also wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, dann siehst du schon den österreichischen Gesetzgeber in der Pflicht, Entschuldigung bitte, dann siehst du den österreichischen Gesetzgeber in der Pflicht, die verschiedenen Parteien zum Gespräch zu laden. Ja, und das steht auch in der Richtlinie explizit drin. Und ganz konkret zwischen Netzbetreibern und euch, jetzt mal für die Bildende grob gesprochen, das gab es noch nicht. Das gab es noch nicht, aber das ist anvisiert und... Gut, dann wollen wir doch hoffen, dass der österreichische Gesetzgeber jetzt über den Sommer und der Hitze nicht die Kraft verliert, diese Einladungen weiter auszusprechen. Von deiner Seite, was würdest du dir wünschen für das Bildhafte, das wir in Österreich verbessern? Auf die Richtlinie bezogen oder allgemein? Zuerst mal auf die Richtlinie und dann allgemein bitte. Auf die Richtlinie bezogen, dass die Bagatellgrenze nicht so eingeführt wird, wie es vorgesehen ist. Sondern nur mit Vergütung? Nur mit Vergütung, weil ein eklatanter Unterschied zu den anderen Repertoires jetzt besteht, nämlich zu Film, Musik und Text, dass es bei Film, Musik und Text immer ein Ausschnitt dieses Werkes ist, nämlich so und so viele Sekunden oder sonstige Dinge. Beim Bild geht es um den Komprimierungsgrad. Auch das hat sich ein bisschen verändert, weil TikTok hat uns gelehrt, dass ein Film auch nur zwölf Sekunden dauern kann und fertig ist. Der ganze Film ist, aber beim Bildhaften ist es immer der ganze Film. Und immer das ganze Bild. Genau, immer das ganze Werk. Und das substituiert einfach ganz viel die Primärverwertung auch, weil auch diese Komprimierungssysteme, die es heutzutage gibt mit 125 Kilobyte, es ist eine Online-Nutzung, das reicht vollkommen aus. Das heißt, es ist nicht so, dass es dadurch eine schlechtere Qualität hat, weil wenn etwas viral geht und millionenfach genutzt wird, spielt das keine Rolle auf dem Handy oder auf dem Bildschirm am Laptop, ob das welchen Komprimierungsgrad ist, beziehungsweise andersrum gesagt, dass die 125 Kilobyte Komprimierungsgrade, der in Deutschland gerade eingeführt wurde, dafür vollkommen ausreicht. Und das ist etwas, was ich mir tatsächlich vom österreichischen Gesetzgeber wünsche, dass er das nicht so umsetzt, wie er es jetzt tut, nämlich vergütungsfrei, wie er im Entwurf hat, und sagt, es besteht keine Schadensersatzpflicht des Online-Betreibers, wenn die Verletzung eine Bagatelle ist. So hat es der österreichische Gesetzgeber im Moment versucht, er dies ins Urhebergesetz reinzubringen. Sprich, was es eigentlich heißt, ja, du Online-Betreiber machst eine Urheberrechtsverletzung, ist aber so gering, dass sie unverhältnismäßig ist, sie zu verfolgen, also nehme ich dich aus der Haftung raus. Und das ist natürlich ein Konstrukt, wo ich sage, bitte, bitte nicht so umsetzen. Aber ich denke, da ist doch die gesamte Kreativlandschaft, inklusive Kreativwirtschaft, solidarisch, dass wir das so nicht wollen, wie es der Gesetzgeber derzeit plant. Ja. Aber wir sehen nur den bisherigen Entwurf, der hier kursiert. Das ist ein Vorentwurf, und wir wissen nicht, was kommt. Ja, gut. Das ist jetzt Kaffeesut lesen. Ja, genau. Okay, also Bagatellengrenze soll nur mit Vergütungspflicht im Gesetzestext bleiben. Genau. Die Pastiche, die keiner genau definieren kann, die soll, wenn sie kommt, nur vergütungspflichtig sein. Mhm. Das ist eine recht bildhafte, oder für das Bild spezifische Situation, das Preflacking, das würde quasi die ganze Plattformhaftung aushöhlen. Deswegen ist es aber auch eine Forderung, die die anderen Repertoires auch angeht, oder die genau gleichgerichtet ist, dass das Preflacking nicht stattfinden soll. Und das Vertragsrecht. Und das Vertragsrecht, dass es so umgesetzt wird, dass man die Erfahrung, die in Deutschland gemacht wurde, einfach schon so weit aufholt, dass man die so umsetzt, dass es kein zahlenloser Tiger ist, sondern auch wirklich Ansprüche daraus erwachsen oder durchsetzbar sind für die Urheber. Das heißt, dieser direkte Anspruch des Urhebers, der Urheberin. Das heißt aber, dass Lizenzen zuerst mal gezahlt werden müssen, wenn man einen, also seitens der Onlinebetreiber, und auch noch einen Direktanspruch, oder wie sieht das aus? das eine ist die Online... Beim Film ist es so, du musst eine Lizenz erwerben, und gleichzeitig sollte man aber die Urheber über einen Direktvergütungsanspruch abgelten. Das über Vertragsrecht geht ja viel weiter. Das über Vertragsrecht geht ja nicht jetzt auf den Plattform-Online-Bereich, sondern das sind alle Nutzungsverträge, die ein Urheber schließt oder eine Urheberin. Wichtiger Aspekt. Ja. Was das tagtägliche Brot jedes Urhebers, jeder Urheberin ist. Zu sagen, nicht mehr das Größenverhältnis oder das Missverhältnis aushalten zu müssen. Zu sagen, ich bin hier derjenige, der einfach Regeln, die vorgegeben werden vom Nutzer akzeptieren muss, sondern dass ich zumindest die Vergütung angemessen gestalten kann. Aber wie ist das zuerst, also die Lizenzen, erwirbt der Nutzer über die Verwertungsgesellschaft oder über wen? Weil wer ist ja der Produzent? Wenn man jetzt die Online, wenn man jetzt auf Online geht, Online geht, dann wird es über, wenn es die Bagatellgrenzen betrifft, sprich die Kleinnutzung, dann geht es über die Verwertungsgesellschaften, aber wenn es größere Nutzungen sind oder außerhalb des Online-Bereichs, dann ist es der rechte Inhaber selbst. Okay. Und was wünschst du dir jetzt im Allgemeinen für alle Künstlerinnen in der bildenden Kunst als Verbesserung in Österreich oder auch in Europa? Ja, dass das Bildhafte einfach noch mehr gesehen wird und die... Das ist ein schöner Satz, dass das Bildhafte noch mehr gesehen wird. Ja, nämlich als bildhaftes und als geistiges Eigentum, was es tatsächlich ist. Tja. Das wünsche ich mir. Dann sollten wir wachsamer sein und bewusster sein dessen, was wir alles so mit Freude nutzen an den schönen Dingen im Leben, dass da überall eine Menge Gehirnschmalz drinnen war für Kreativleistung und wir uns daran erfreuen dürfen, gibt man gerne was zurück, nicht nur ein Lächeln. Philipp, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wir sehen uns wahrscheinlich bis zum Jahresende bei der einen oder anderen Konferenz. Ich wünsche uns allen, dass wir einen guten Weg finden. Vielen Dank. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020